Ich lache nicht über die Marschen. Fuck! Let's play! Wir lachen nicht über Marschen, Angel. Das ist wichtig, dass nicht über ihn gelacht wird. Boah, ich bin heute auch echt deutlich kaputter als gestern. Gara? Gara. Gara das. So! Soll ich ihn mal ansprechen? Wer sind wir denn nochmal? Hast du alles schon hier? Nee, du kannst mal ablooten. Nee, der äschst aber noch auf. Dude, wir haben doch schon alles geregelt mit dir. Ja, okay. Ich bin Magister Barth. Ich kann nicht mit Stärke überreden. So, glaub mir. Ja. Das ist im Wagen. Ja. Da sind Purging Wands drin, übrigens im Wagen. Ach ja, die habe ich schon beide eingesetzt. Hm. Ich habe dein Muster gesehen. Das ist ein Muster gesehen. Das ist ein Muster gesehen. Das ist ein Muster. 90 Minuten. Das schreiben die doch immer. Letztens hatte ich wirklich jemand, der hat geschrieben, 90 Minuten ist das Essen da. Ach, da haben wir ja nicht sogar gespielt. Ja, wirklich, ne? Ey, unfassbar. Das ist mir eine Freude. Dann können wir endlich an Drahtketten angelegen. Ab. So, guck mal, er zieht jetzt ab. Hey, außerher ist das W enkel der blinden приbe faisce die. Es ist im cloudy und ob er einfach ollut einen Blindenني. Ja, es ist, okay, oder? Blinden bin ich immer am liebsten. You did not break me. Wow, wow. Hier hängt doch eigentlich die Stücke. da ist da ist er ist mit freund oder feind die links waren wir auch noch nicht da können wir sind da sind unsere freunde aber ganz traurige gestalten es ist aber teleporten war das hier unten waren wir auch noch etwas was denn hier ist der winter drache ich erinnere mich irgendwas war mit dem ich will ihn als reiht hier irgendwas war mit dem den haben wir glaube haben wir nicht noch genug bevor wir los wir müssen eigentlich auch in diesen ganzen was ist das denn hier noch hier ist ein skeletor jetzt kommt man hier ist das labyrinth waren wir auch noch nicht aber ich würde halt gerne einmal kurz mit johnny mcjohn boy sprechen damit wir nehmen die uns die nicht erst ab wenn wir ja das wir müssen einfach zu der trute ja ja aber hier ist das lager können wir da einfach hin weil er hängen diese leute davor die irgendwie sind kriegelig aus sind das sind das denn hier für fraggles die hier hängen die seaker's head twitches upwärts as you approach his eyes open a fraction kann ich ümmet auch schon im anderen? ja doch, das ist ja nicht ein hoher moan escapes his cracked lips his eyes close and his head sags forward gefolterter mann? ja ja die sind halt einfach den geht es wirklich nicht gut kannst du denn oh jetzt wollen alle miteinander reden diese säcke ey, wollen wir mal zurück den blindenarm umhauen noch? die sauerlache die nächste magister, die ich meet, wird zufangen läuft deine youtube-zeit eigentlich? ja, ah nein, danke ja, ja, sehr gut bitte sprechen sie jetzt bitte die sind langsam ganz schön tanki aus, ne? ja sollen wir jetzt hier, sollen wir die umflexen, ist das nur netter? so, Faine das mal machen Faine denn? die hier hängen? ja ja die sind langsam ganz schön tanki aus, ne? oder gibt's dazu wohl noch eine quäschte? der gemolterte Pfanne? die sind langsam warm die hier ... die hier ... die ... jeden einzeln von die Zürcher? das ist ja nicht so eine nicht so eine nicht so eine nicht so eine wir werden alle rächen Er schützt deine Hand mit seiner. Es wird ein großes Licht, um diese Art der Schmerzen auszutreten. Ein großes Licht in Dich. Sie sind so gut wie meine Familie. Aber ich kann sie nicht heilen. Ich kann sie nicht heilen. So viel Schmerz. Soll ich ihm einleiten anbieten, sie umzubringen? Sie sind immer drin. Sie sind echte Seine. Unkorrupted. Ich fühle sie immer. Ich sehe sie immer. Ich weiß voll gut, was sie werden. Und ich weiß voll gut, dass sie ein Tausende Todes sterben, als in solchen Fällen benutzen. Oh, Shrieka. Das war's, ne? Der Don? Was zum Teufel? Was ist das für ein Video? Cray Cray. Kannst du ihn? Oh. Oh. Sollen wir sie jetzt einfach alle umbringen? Also hier ist Alamandl. Das ist schon hart, ne? Die drei, ey. Die werden zu Shrieka. Das ist wirklich nicht gut, ey. Guck mal. Sie sind überfallen? Ding 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 ding. Guiii... Also der Spruch, der hätte nicht sein müssen, Franz, ganz ehrlich. Tolemy? Der Name? Sie hat Feuerspellinń. Das fühlt sich nicht ziemlich richtig, aber wir werden sie finden. Oh, hier ist ein Tele-Bim-Bum. Ein Tele-Bum-Bum. 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 Guck mal. Guck mal! Da lag ein toter Sucher. Aber mir fehlte noch das Echsen-Gesicht. Jetzt ist meine Sammlung komplett. Okay. Hallo, es stinkt, Minister. Na, warst du auch nicht pillern? Und Essen auch noch? Lebt der noch? Boah, ich bin über irgendwas drüber gefahren. Nee, das ist immer anders. Warst du auch nicht genascht? Habts lecker im Opsi-Schmeckiß? Das riech ich mal ja gleich. Nee, du hast gegessen, dann darfst du nicht auf den Schoß. Dann kriegst du Weizsackverschlägerung. Steck, Minister. Du kannst nicht gegen den Schoß. Du kannst nicht ohne größere Weizsackverschlägerung. Oh, Steckenbüster. Leider eine Aufgabe, Tori. Er kommt aber bestimmt später nochmal wieder. So, wollen wir jetzt erstmal unsere Kriegsskills jetzt kaufen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. I need all the equipment, then I can find. Das ist ein Schaardiger Ring. Uhhh, zwei Marks Rüstung. Nice, understanding. Wir haben beide nur diese Kackring, ne? Oh, no, 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 no. Wir haben einen menschlichen Fuß gefunden, ist das gut? Ich habe den Fuß mitgenommen. Boah, Alter, jetzt bin ich aber richtig ausgestattet, ne? Ah, Karotte macht Verstand. Was macht Pfeffer? Das sieht Chili eigentlich. Das könnte ich dann nur sehen, wenn ich noch... Oh, Scholle. Du musst dir jetzt gerade mit angucken, wie der Zwerg sich halt einfach ganz viel rohen Fisch reingeknallt hat. Hier sind Jules, hier sind Jules. Das wieder? Es ist eine gute Sache, dass meine Schmerzen erhielten. Ich habe keine Chance, dass wir unseren Fett haben. Ja, die Feinden jetzt alle mit. Aber hier ist Karotte. Der hätte es gesichtig gerade mit einem Explosionsspell von seinem Kopf abgetrennt haben. Schmerfeuer... Oh. 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 Where his... Da ist er. Hier, Garry. Garrys. Oh, der will bestimmt, dass wir jetzt direkt loslegen, wenn wir ihn hier anquatschen. Ja, ich wollte jetzt erstmal... Kannst du ihn kurz anquatschen? Das macht jetzt. Kannst du ihn kurz anquatschen? Ich wollte kurz die... Kannst du da alles geklaute ablegen, ihn anquatschen? Ich wollte mal eben in sein Inventar schauen. Weißt du? Was ist das denn hier schon gemacht? Nee, der ist doch weggelaufen. Du Sau, wie kann er sich einfach nicht klauen? Wie kann er sich einfach nicht klauen? Das ist die Oberkriegheit. So, ich glaube, ich habe geklaute Sachen nicht an mir. Oder? Äh... Oh. Oh doch. Oh doch. Oh doch. Ich kann die Sachen auch kaufen bei ihm, weil ich dachte man könnte man wenigstens einfach reinlunzen, wüsste. Kann ich das nicht irgendwo verkaufen? Kann ich das vorher verkaufen? Oh, guck mal. Ah ja, der hat immer noch... Dem haben wir schon Shit verkauft. Das sieht aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Da siehst du wie viel Shit wir schon verkauft haben. So, ich biete ihm Sachen an. Was brauchen wir jetzt noch? Hm... Sturm Bock? Spingerner Schild? Krüffelschlag? Ich brauche auf jeden Fall... Was taunt, ne? Bobozieren. Was hat er denn noch? Hm... Das passt richtig gut. Das passt richtig gut. Das passt richtig gut. Krass. Kannst du jetzt den ganzen Shit? Ja. Der hat jetzt ganz viel geklaut. Oha. Praktisch. Hat er genug Geld? Ja. Äh... Ich brauche noch... Battlestomp habe ich schon. Battering Ram habe ich auch. Blitz Attack? Whirlwind, bitte. Den hat er auf jeden Fall. Ja. Den kannst du mal kaufen, bitte. Wieso? Ich würde ihn ganz mal klauen jetzt. Ja, oder? Phoenix Dive hat er den? Ne, den brauche ich aber auch. Okay. Schade. Sturm Bock? Den habe ich schon. Kommen wir mal einen Blitz Attack und... Habe ich hier irgendwo Sturm Bock bei mir? Gareth! Upon reaching... Der müsste Blitz Attack haben. Okay. Upon... Warte mal. Da steht... Upon reaching Reaper's Coast. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Hat er das wahrscheinlich erst am Ende? Kann das sein? Ja. 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 Oh, Alter! Okay. Hm? Oh, da springt man halt von Ziel zu Ziel. Und das ist mit so einem Zweihandhammer in der Hand, glaube ich, gar nicht so ungeil, ne? Phoenix Dive hat Gareth auf der Lady Vengeance dann später. Ah, Reaper's Coast ist der nächste Ort. Ist alles... Ah, das ist... Okay. Gibt's später. Hm, behaltet da ganz klar. Irgendwas könnt ihr bestimmt beim Endgegner gebrauchen. Es ist immer so in Rollenspielen, ne? Boah, was? Ich will nur erinnern, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, ne? Dass wir da gleich raus werden, ne? Jetzt müssen wir ja irgendwie... Also, ich glaube, hier ist Klauen gar nicht so supi-leicht. Weil Longo-Bern könnte in die falsche Richtung, so... Ich fahre hier. Also, Ute ist halt auch das Problem. Die müsstest du, glaube ich, vollquatschen, bitte. Die macht immer Unsinn. Kannst du mir die Ute vollquatschen, bitte? Ute! Das war so, dass sie in die andere Richtung guckt. Warte. Ah, ich muss erst mit ihm hier. Oh. Ach, wer haben wir noch nicht mit ihm gesprochen? Alexander. Naja. Naja, guck mal, zwei, das ist mit dem Klauen und zu den ungenutzten Waffenen. Ich habe Gothic 2 damals durchgespielt und hatte am Ende, glaube ich, noch... 50 riesige Heiltränke und 50 riesige Mana-Tränke. Und es wäre alles viel leichter gewesen, wenn ich die Scheiße einfach besoffen hätte. Und er ist nicht allein, wie gut er sein würde. Die Ordnung hält seinen Gänswog und leacht. Wir waren noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung. Wir müssen nämlich einmal in seinen Inventüri gucken, bitte. Fair enough. But the longer you... Bleib auf der Hut! Bleib auf der Hut, du Arsch! So, soll ich noch mal an. Bist du auch im Gespräch, Karl? Mit dir. So, dann muss man die Alder ablenken, oh, bitte. Ich sehe woanders hinguck. Die guckt immer zu mir. Die kommt jetzt gleich angelaufen. Warte? Nicht, dass du mich wieder für doof hältst. Die kommt immer... Ach, er ist auch noch hier am Stüssel. Ich will... Ah! Die bitte auf hier rumzuschleichen. Okay, ich muss sehr schnell sein, weil er hier auch noch quatscht. Wer guckt denn jetzt? Die bitte auf hier rumzuschleichen. Okay, die müssen beide sich einmal umdrehen, bitte. Was? Der verkackte Wirbelwinter. Jaaaa! Mir kann keiner was. Ja, unheimliches Ausweichen habe ich schon gefunden, geil. Das brauche ich ja später. Ja, guck mal. Schleich mal. Ja, natürlich bin ich sauber. Garisu. Weil ich das ganze Dibisu vorher an dich vertickt habe, du Otto. Ja, stimmt. Der Idiot, ey. Jaja, ich gebe dir auf jeden Fall eine Schade. Wenn du einen Bösewicht ziehst, hörst du. Ich bin echt ne Menge Shit. Jetzt kann ich Webelwinter. Also, wir können jetzt gucken, was wir noch machen wollen, ne? Wir können... Ach, die Halsbänder, Alter. Ja. Wo ist die Halsbandute? Shayla? Die muss doch hier irgendwo sein. Ah, Simone, die war es nicht, ne? Doch. Oh, komm mal, ihr hat... Wasserspels brauchst du nicht mehr, ne? Hacheslach oder so? Ja, die haben wir schon mal gesehen, ne? Ja. Winterblast? Leer oder so heißt das nicht. Ich kann das nur runen, die Flamme runen, oder? Das ist praktisch. Ich weiß nicht. Was suche ich? Was suche ich denn? Ich suche gerade irgendwas in meinem Inventar. Ich habe vergessen was. Scheiße. Äh... Irgendwas soll ich machen. Was denn bloß? Was wolltest ich denn bloß machen? So, wo ist denn die Alte? Wo ist denn hier? Das ist eine gute Sache, die Leer ist sicher zurück in der Base. Was ist das denn so? Was ist das denn so? Ein gross Hühnerfuß. Hä? Ist sie doch wieder zurück in der Base? Musst man jetzt einmal mit Gareth sprechen, weil die ist angeblich in der Base. Das ist ein Betrug. Naja, hier. Ja, das stand da eben auch, oder war sie halt nicht. Haben wir hier jetzt schon... Ist das verlassenes Lager, wo wir sind? Hast du schon nach wo wollen? Hm... Umschneidenbar. Aber ich glaube, man muss es nur entdecken. Ja, hier. Ja. Also, sie soll halt hier sein, aber sie ist nicht hier. Hat jemand da irgendwie eine Idee? Oder kriegen wir unser Halsband erst abgenommen, wenn wir ihn immer durch haben? Nein, das war hier schon. Da sitzt sie! Hast du sie gefunden? Was ist er denn? Oh, ja. Lauf ruhig. Hahaha. Da liegt jetzt erstmal... Da liegt im Sprint hin. Ich war einfach da im Busch gefangen. Da hier ist du nicht. Ich hab doch sogar noch mal mit dem Blumenkübel gespielt eben. Ja. Aber guck mal, wenn man so... Wenn man die... Guck mal, so. Nehmen wir mal die Summeuschen raus? Vielleicht noch kurz oder so ein bisschen erster drüber? Ich hab die wirklich nicht gesehen eben. Ich hab doch noch geguckt. Ich dachte, hier wäre weggelaufen. Ja, ich hab doch auch nicht gesehen. Ich bin meine los, und du? das beste ist dass ich jetzt meine amuletten tragen kann ja verändert 1 mit augen für distanz das natürlich nicht schlechten jetzt alles mit verstand haben wir noch ein amulett ihr int und glücksbringer das so was für dich so was für dich oder ja und aerothurt braucht keiner und ich habe noch eins mit verstand er braucht verstanden das ist doch ein schrumpen ding aber nicht weil hier ist auch viel besser ist wenn man zu stimmen also ich habe jetzt noch verstand und aerothurt oder hast du auch noch eins ich schicke hier verstand aber das ist eine gute betont da kann man erstmal abgerissen exe gesicht das ist das alles wertvoll ist wir haben uns nicht zu kommen bei den riesen nägel ich habe schädel wir haben zu niesen in der regel auch das ist ein stil geschickt ganz verstand was jetzt noch als über was kann das jetzt magisch wirst du ja das ist besser als eine aerothurg eigentlich obwohl irgendwann brauche ich doch noch ein jahr so wenig freunde teleport ja dann war dies erstmal mit den tippen sachen die ein verschiedenes sind kann man die verkritten weil hier die bauern auf jeden fall nicht wie viele rucksäcke brauchen eigentlich und wofür sind die die wollen eigentlich überhaupt nicht brauchen wir malachit und dunkle perlscher denn so unsere halsbändchen sind ab ja lasst uns mal die schweine ich habe sehen hier ich habe noch keine köln magie ja du hast in allen holen und ich habe welche ist betäubendes kreischen hier ich kann gegner blenden wird aber durch magische rüstung ab und wird sich das ist natürlich geil eine runde lag eine extra runde im kampf deshalb dann als schrucke jetzt einfach doppelt dran doppelt dran wir können einfach zweimal handeln also zweimal komplett zweimal seine würde ich ja das ist quasi plus einmal noch mal komplett agieren und dann können wir noch überlegen wir können hier unten noch das ganze labyrinth haben wir noch nicht gemacht werden den drachen aber auch nicht hier gehen wir hin zu merken brücke ja jetzt ist das nicht dieser rapper ja manchen zu sein seit ihr hier die wollen irgendwo quellen saft wir es das leichte franz steht dann auf den dunden brücken wir drücken zu dir gerät richtig erschöpft von breitigem stream von sagt er ist immer aus flammen und schatten auf dass seine peitsche knallert viele von uns bleibt unerschrocken das ist unser hunger brüllt antwortet die donnerstimme per geld der riesige schatten namens marci tritt auf die brücke die unter seinem gewicht einberichte brüllt reißt viele fans mit seiner peitsche mit franz kann sich nur noch für einen moment am trümmel der brücke festhalten spendet ihr den haren ruft bevor er den abgrund ruft das ist aber ein traum dofi dankeschön solle ich den aber klein sind hast du den schleim eingesurkt ja ich sehe ich nicht mal den schwein wie das schwein läuft jetzt einfach happy weg oder was ganz besser das ist in skapor ja das will der mennessing skeletal guardian luxe juwery denn jones so das wird rechtlich rechtlich ich brauche quellensteine schlafen skeletal Wirklich? Fiery hogs. Ein feierer Grundsatz. Ja. Wirklich? Sie will uns jetzt wirklich alleine angreifen? Ja. Muss ich das jetzt verstehen? Ich hab hier mal kurz eingemischt. Ah, ich hab da noch kurz in den Kampf gekommen. Ja. Verkruiselt. Verkruiselt? Hey! Aha, aha. Ja. Die Kinder im Chat erfinden wieder Boorte... Bufi... Wau.. Ich hab meine Maus weggeschwurzst... Ich bin bereit! Okay, Problem solved. Hachelschlag! Hachelschlag! Das haben wir letztes Mal nicht geschafft, weil wir nicht mit denen reden konnten, ne? Fane hat ein neues Amulett. Fane ist überladen. Finesse und Vergeltung. Oh, das ist ein neues. Aber jetzt hat er Finesse und Distanz. Aber das kann ich... Vergeltung ist ja auch nicht schlecht für mein Zwerch, ne? Deine Alter hat ein besseres, oder? Was denn? Dann gebe ich das mal dem Zwerch. Der ist ja gerade ein kackiges. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Können wir denn schon? Ich will Quelle saugen, Franz. Bitte so darf ich? Die sind immer noch nicht fertig. Wofür bezahlen wir die eigentlich? Wann kommt der Quellensauger? Weißt du das noch einer? Kommt das mit der Zeit erst? Du bist überkandidelt. Ja. Was ist denn das hier immer? Was dödelt denn hier? Hat jemand einen Zwergenstab geschickt? Den hatte ich irgendwie noch rumliegen. Kannst du die auch mal... Ne, das kann ja. Das Schwein brennt immer noch. Wann bin ich einmal den Schwein auch befreien? Ne, wenn du irgendwo Source rumliegen siehst? Ja, ich war doch ganz viel Quelle, oder nicht? Ja, ich hab nur ausgefundenen Quelle. Aber damit könntest du auch unsere verfluchte Ausrüstung gangbar machen. Ah, hier ist auch nicht. Ich weiß, wo unendlich Quelle ist. Unten in irgendeinem Keller, ne? Jikes. 600 EP pro. Okay, oder? Oh, das Schwein. Ich hoffe, die werden jetzt nicht irgendwo gegrillt, oder so. Ist das hier Source? Ne, ne? Da ist noch mehr Source. Also. Hey du! Nein. Saugier. Sind das alle? Bang je! Ne, hier ist noch eins. Ja, aber hast du auch noch Source gefunden? Joink. Ne, ne, ne. Ich meine, wenn du Source für uns findest, dann können wir dich retten. Solltest du das Labyrinth nochmal? Ah, die YouTube-Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja. Ich geh nochmal in Pipi. Ich geh mal Pipi. YouTube geht's! Ah, Akt 2. Powerful Awakening. Okay, dankeschön. Für die Twitch-Prime-Kinder gibt's neue Spiele, ne? Müssen wir mal nachgucken. Adam Ruhe. The Deadlight Director's Cut. A Serial Cleaner Stranger Things 3. The Game.